Die Wirtschaftsmacher ist eine Initiative der Logistik, die wir von der Bäumer Group herzlich gerne unterstützen und das von an Beginn an. Bei den Wirtschaftsmachern steht nicht ein Unternehmen alleine dort, sondern wir alle zusammen in der Gemeinschaft treiben das unter das Thema Logistik ganz weit nach vorne. Es gibt tolle Kampagnen, bei denen man mitmachen kann und das wirkt. Das ist eine prima Sache.